Taylor dachte einen Moment lang nach und versuchte sich, einen Reim auf ihre bisherigen Entdeckungen zu machen. Er ließ die Tatsachen in seinem Kopf so deutlich wie möglich Revue passieren. Sie waren auf einen großen Stützpunkt der Hedal-Raumschiffe gestoßen, der geschickt in einer Lavaröhre in einem entfernten Arm der Galaxis versteckt war, sodass ihn niemand finden konnte, der aber anscheinend schon lange vor Kriegsende verlassen worden war. Wenn Satomi recht hatte, war es sogar wahrscheinlich, dass sie schon lange vor dem Hedal-Krieg mit der Erde aufgegeben worden war. Aber wie und warum? Das waren Fragen, auf die er keine Antworten hatte. Warum wurden diese Hedal-Krieg vor so langer Zeit in Stasis-Kammern geschickt? Warum sollte man eine so mächtige militärische Anlage bauen und sie im Krieg mit der Erde nicht einsetzen? Und wenn es als Reserve-Stützpunkt gedacht war, eine Art Notfallplan, falls der Krieg für die Hedal-Schlecht verlief, warum waren sie dann nicht dorthin zurückgekehrt, als klar war, dass die Hedal die Schlacht verloren hatten? Aus den wenigen Informationen, die Satomi hatte sammeln können, wussten sie, dass der Stützpunkt mindestens 20 Hedal-Korvetten aufnehmen konnte. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Diese Feuerkraft hätte den Krieg gegen die Erde leicht entscheiden können. Nichts davon ergab einen Sinn, und Taylor mochte es, wenn Dinge logisch waren. Dann erinnerte er sich daran, dass es fünf Türen gab, die vom Hauptgang nach draußen führten, und das Adrenalin schoss wieder in die Höhe. Warte! Blake! Du hast gesagt, dass es noch drei weitere Zimmer wie dieses neben dem Hauptgang gibt? Blake nickte. Ja, das ist richtig, Cap. Und dann dämmerte es auch ihm. Verdammt! In den anderen Räumen könnte es noch mehr von diesen Kammern geben! Weitere 120 von ihnen, fügte Casey hinzu, die auch die Gefahr erkannte. Und vielleicht hatten nicht alle von ihnen eine Fehlfunktion. Los geht's! Wir durchsuchen Zimmer für Zimmer, schnell und sauber! sagte Taylor, griff nach seiner Waffe und hielt sich schussbereit. Nach dem Zustand dieser Kammern zu urteilen, ist es wahrscheinlich, dass auch die anderen defekt sind. Aber wir können es uns nicht leisten, ein Risiko einzugehen. Sie betraten den gegenüberliegenden Raum, wieder mit Blake an der Spitze, und arbeiteten sich dann diagonal durch. Beide Räume waren identisch mit dem ersten. Sie enthielten 40 Stasis-Kammern, die alle erst kürzlich aktiviert worden waren und die alle vor Jahrzehnten eine Fehlfunktion gehabt hatten, bei der die Hedald-Bewohner getötet wurden. Taylor fühlte sich allmählich wohler, aber es fehlte noch ein Raum. Sie verließen den letzten Raum und führten die gleiche Aktion noch einmal durch, und zwar mit der gleichen, ausgefeilten Professionalität. Blake ging wie immer als erster rein, gefolgt von Taylor, Satomi und Casey. «Frei!» rief Blake. «Hier ist niemand, und diese Kammern sind alle defekt. Wie die anderen auch!» «Frei! Auch hier, Cap!» rief Casey, und man hörte die Erleichterungen ihrer Stimme. «Frei! Meine sind auch alle tot!» erwiderte Taylor und ließ die Waffe an seiner Seite sinken. «Sieht so aus, als ob wir hier doch eine Geisterbasis haben!» Dann sahen alle zu Satomi hinüber und warteten darauf, dass sie die Entwarnung bestätigte. Aber ihre Stimme blieb weiterhin ausdruckslos, und Taylor schlugte sie.